So. Ja, wir machen an gleicher Stelle weiter. Wir sind nicht gestorben beim letzten Mal. Wir haben aber auch keinen Stern geholt. Also wir sind schon gestorben, aber am Ende eben nicht. Ich habe mich jetzt wieder hier hingearbeitet zum Anfang des Levels. Und jetzt versuchen wir das auf ein neues. Den ersten Stern zu holen. Das kann es doch wohl echt nicht sein. Wir sind in Folge 3 der Regenbogenraserei und haben erst einen Stern. Und das ist noch nicht mal der erste. Ich habe aber auch bei der letzten Folge sehr viel gequatscht und habe mich, glaube ich, gar nicht so sehr aufs Spiel konzentriert, wie ich es vielleicht tun sollte. Da habe ich wieder die ganze Zeit über mich geredet und über das Let's Playen an sich. Das ist so eine Scheiße. Kann ich da vielleicht drunter durch? Ne, kann ich nicht. Äh, ja. Hatte ich jetzt echt Glück, dass ich da nicht runtergefallen bin. Ich sollte solche Experimente echt nicht machen. Und jetzt kommt die Stelle, die... Ne, das ist noch gar nicht die Stelle, die so scheiße ist. Aber die kommt auch noch. Ah. Schön aufpassen, nicht runterfallen. Uiuiui. Ja, ich muss immer ein bisschen warten, bis der Teppich ein bisschen weiter draußen ist. So, nach links. Ja, so weit komme ich ja meistens. Und dann ist aber gleich Ende Gelände. Da passiert gar nichts bei diesem blauen Kram, ne? Weil das hat mich doch jetzt gerade voll erwischt. Ich sehe nichts. Oh, das ist scheiße. Ich habe jetzt gerade nichts gesehen. Das war jetzt echt Glück, dass das geklappt hat. So. Ja, genau. Und jetzt kommt die Stelle, bei der es mich immer runterhaut. Das ist so schwer. Nein, was heißt so? Nein, es ist nicht so schwer. Für mich ist es so schwer. Vor allem, wenn man daneben springt. Och. Ich weiß, dass da einige von euch echt den Kopf schütteln. Solche Spiele sind nichts für mich. Also, ähm. Wo ich diese Sachen einschätzen muss mit Perspektive und Winkel und Abstände und so. Wenn das dann so ein 3D-Spiel ist wie dieses hier von der Machart, da habe ich echt Probleme, dass ich mich da total verschätze und daneben springe und solche Sachen. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich früher bei Super Mario solche Schwierigkeiten damit gehabt habe. Auch mit der Kamera. Vielleicht habe ich es verdrängt. Das kann schon sein. Ich finde ja die Idee wunderschön mit dem Teppich und mit dem Regenbogen und so. Ja, das jetzt zum Beispiel. Das sah doch wirklich so aus, als wäre ich da ganz dicht dran. Und dann... Das ist halt so frustrierend, wenn das an solchen Sachen hängt. Da habe ich ja noch lieber einen schwierigen Gegner, den ich irgendwie totballern muss und wo ich schnell sein muss oder sowas. Dann weiß ich einfach, okay, das Spiel ist jetzt echt anspruchsvoll. Und gute Spiele schaffen es und schlechte eben nicht. Und bei dem Spiele ist es einfach so, dass die Stellen gar nicht so schwer sind und ich einfach aufgrund dieser Kamerageschichte oder so, äh, oder solcher, solcher Sachen... Haaaah... Die da nicht schaff. Jetzt muss ich warten, bis der Teppich wieder auftaucht. So. Das ist halt so unnötig. Also, die meisten Tode bei mir sind total unnötig, aber... Man sollte eigentlich meinen, dass man sich so nach 15 Leveln irgendwann mal an diese ganze Scheiße gewöhnt hat, aber nö. Und ich habe Hunger. So. Warten, bis er ganz hinten ist. Warten, bis er ganz hinten ist. Ich finde es ja auch total schade, wenn ich euch da immer so in einem Frust belästige, ja, mit meiner Genervtheit. Was halt blöd ist, bei Mario, ähm, dass man nicht so wirklich viel zur Handlung oder sowas erzählen kann. Also, letztendlich hat das Spiel ja nicht wirklich viel Handlung. Wir wollen Prinzessin Toadstool befreien. Oder Peach. Und, äh, die in den Händen von Bowser ist. Und dazu müssen wir uns durch diese Level arbeiten. Aber wir haben jetzt keine wirklich tiefgründige Story im Hintergrund. Wer, wer so gesehen ein Spiel für Rick, der mag es ja nicht so Story-lastig. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Ich meine, Rick spielt wahnsinnig geil Crash und solche Sachen. Ähm, der kann das halt einfach. Und, ich kann halt sowas nicht. Ich brauche halt Story, an der ich mich dann aufgeilen kann. So ungefähr. Und er hat das halt nicht nötig. Er kann sich halt rein aufs Spielen konzentrieren, beherrscht das halt auch. Ja. Entschuldigung, was soll man denn da sagen? Ich habe nach rechts gesteuert und er ist einfach auf der Stelle gehüpft. Ja? Oh. So ein leichter Stern. Und, und... Ich kriege es nicht hin. Das ist doch wohl nicht wahr. Ich bin fassungslos. Und ich war ja jedes Mal schon kurz davor und sterbe immer an der gleichen Stelle. Das kann es ja wohl nicht sein. Und deshalb... Ihr könnt es euch jetzt denken. Werde ich, wenn ich jetzt wieder an dieser einen Stelle bin, zwischenspeichern. Weil... Ich, ich, ich will jetzt... Ich muss in dieser Folge jetzt diesen Stern holen, sonst... Es kann doch jetzt nicht sein, dass ich da Ewigkeiten dran rumeiere. Nicht bei so einem Level. Oh, ich habe gerade was gesehen. Ich habe da ganz hinten gerade eine rote Münze gesehen. Wahrscheinlich sind sie da alle. Ach so. Ach, bin ich blöd? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin so... Ja, jetzt hänge ich hier fest, oder was? Scheiße. Ja. Mit dem Weitsprung wäre ich auch noch drauf... Oh, oh Mann. Bin ich hohl. Also das war jetzt echt... Das war Blödheit. Da kann ich das Level aus... Das war jetzt mal nix dafür. Normalerweise müsste ich ja echt sagen, dass ich euch diese beiden Folgen vorenthalte. Die letzte und diese hier. Weil es wirklich so schlecht war. Ich bin jetzt noch nicht mal bis zu der Stelle gekommen, wo ich in die Verlegenheit gekommen wäre, zwischenzuspeichern. Weil ich noch nicht mal das auf die Reihe gekriegt habe. So, jetzt mal zusammenreißen hier. Da hinten... Ja, ich konnte es euch jetzt nicht zeigen, weil sonst hätte es mich runtergehauen. Ui, da habe ich das Schwein gehabt. Da wäre ich jetzt fast runtergefallen. So, jetzt... Ich speichere kurz. So. Erstmal hier. Damit wir uns das schon mal sparen. Diesen Anfang. Da bin ich ja gerade grandios gestorben. Selbst verschuldet. Also meine Tode sind ja sowieso prinzipiell selbst verschuldet. Aber manchmal hat halt das Level einen gewissen Anteil dran. Aber ich würde euch jetzt so gerne mal irgendwas anderes erzählen und nicht immer die gleiche Scheiße. Oh, das war keine gute Idee. Ich muss kurz auf den Teppich zurück. So. Sonst ist er nämlich weg. Und jetzt nach links. Da kann man übrigens rüberlaufen. Da brauche ich noch nicht mal springen. Und gleich nochmal speichern. Entschuldigung. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Alles gut. Ich habe gerade irgendein Fenster bei mir geschlossen. Ich weiß nicht welches. Aber mein Aufnahmeprogramm ist noch da und Mario ist noch da. Also kann es nicht so schlimm gewesen sein. Daneben gesprungen. Ja, ich lade das jetzt gleich mal direkt neu. So. Entschuldigung. Es ist jetzt glaube ich echt die bessere Variante. Ihr habt euch jetzt lange genug damit rumgequält und ich auch. Ich will ja das Let's Play irgendwann mal fertig kriegen. Es macht schon Spaß. Also. Ich habe jetzt auch, als ich dann nach der langen Pause mit Atlantis Aquaria wieder angefangen habe, da habe ich auch gedacht, oh Gott, okay, raffst du dich auf und zockst Mario und kaum habe ich angefangen, hatte ich auch gleich wieder voll Spaß dran. Also. Es ist jetzt kein reines Frustspiel oder so. Überhaupt nicht. Wenn man von ein paar Stellen absieht und dieses System mit dem sammle sechs Sterne in jedem Level. Ja, man hat so eine permanente Moment. Entschuldigung. Eine permanente Motivation weiter zu spielen. Ja, ich habe gerade gespeichert und ich habe es aber Uiuiui. Spring! Oh. Oh, scheiße. Nein. Oh, nein. Nein. Ja, toll. Ja, shit. Ähm. Entschuldigung. Nein, ich führe jetzt kurz den Satz nicht zu Ende. Spring! Spring! Oh. Oh, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Da drüben ist der Stern. Jetzt ganz vorsichtig nicht runterfallen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gerade für einen Satz gesagt habe. Ist mir jetzt gerade scheißegal. Ich will den Stern haben. Jetzt nimm ihn halt! Oh. Boah. Ja, juhu. Zwei Folgen für, also drei Folgen für zwei Sterne ist schon sehr arm, ne? Und deshalb springen wir gleich wieder rein. Und ich sage es euch, hätte ich dazwischen nicht gespeichert, hätte das immer noch nicht geklappt. Findet ihr acht roten Münzen? Ja, die habe ich ja schon gesehen. Jetzt muss ich mal gucken, komme ich vielleicht von hier aus auch hin. Nee, ich, da drüben sind sie. Ja, ich glaube, ich nehme kurz den Teppich und fahre dieses Stück und dann muss ich zu diesen drehenden Plattformen und von da aus kann ich dann, glaube ich, rüber. Vielleicht komme ich auch vom Anfang her irgendwie, wenn ich da anders laufe, vielleicht komme ich da auch hin, aber das probiere ich jetzt gar nicht erst aus, weil, äh, aus. Da geradeaus, seht ihr sie? Wenn man jetzt ganz hinter schaut. So. Ich fahre jetzt gerade direkt drauf zu. So. Und jetzt muss ich da irgendwie rankommen. oi, 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 bleib da oben. Ich muss erst gucken, wo da Abgründe sind. Okay. Also hier bin ich jetzt gerade halbwegs sicher, wenn man von diversen Bomben absieht. Da ist wohl der Stern dazu. Oh, da komme ich noch Oh, da komme ich gar nicht hoch. Vielleicht mit einem Wandsprung. Tatsächlich. Okay, erste Münze. Äh, das ist so ein bisschen labyrinthmäßig. Ich weiß jetzt nicht, welches der richtige Weg ist. Da muss ich viel ausprobieren. Aber da bin ich gerade ziemlich optimistisch, weil ich hier nicht sterben kann. Also ich, ja gut, ich kann überall sterben. Ja. Da drüben ist eine. Okay. Ich hoffe, dass die dann wirklich alle hier sind. Zwei. Oh, toll. Ich komme hier nicht hoch. Kann ich da runter? Moment. Autsch. Das tat weh, aber war nicht gefährlich. Ich habe schon gesehen, da hinten ist ein Herz. Au. Ja, toll. Jetzt halte ich halt fest. Ja, ich weiß, die Folge ist rum. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht noch schnell diesen einen Stern holen kann. Schwer ist es ja nicht. Also vorausgesetzt natürlich, dass die Münzen wirklich alle hier sind. Da ist noch eine. Ja, das war jetzt klar. Bleibst du da oben? Ah. Ah. Hallo. Wieso komme ich denn da jetzt nicht hoch? Ich probiere jetzt mal was anderes. So. Ne, geht auch nicht. Ja, genau das wollte ich jetzt nämlich probieren. So. Ich habe erst drei, ne? Ich hoffe, dass die anderen jetzt dann wirklich hier sind. Da ist noch eine. Oh, ja, 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 ja. Wie soll ich die denn jetzt kriegen? Ja, ja, ja. Ist gut. Ach, das machen wir jetzt noch schnell. Haben halt eine längere Folge. was soll's. Aber dann bin ich so ein bisschen mit mir versöhnt. Fünf. Sechs. Ja, ich habe sie alle gesehen. Okay. Ich hole erst die linke. Oh Gott, hoffentlich komme ich da jetzt hin. Ne, komme ich nicht. Scheiße, das war jetzt klar. Wie komme ich denn an die ran? Ich will das jetzt schaffen. Jetzt. Oh, Mario. Was machst du denn für einen Scheiß hier? Jetzt. Ich will doch, ich will, dass er springt, aber er läuft dann immer nur runter. Ey. Hallo. Wirst du jetzt gefälligst mal tun, was ich will? Wie komme ich an die linke Münze? Die rechte ist jetzt nicht so das Problem. Ah, jetzt wollte ich einen Waldsprung. Das hat er jetzt natürlich nicht gemacht. Ah, vielleicht mit einem Wandsprung? Ne. Ich probiere es nochmal mit dem Waldsprung. Ist relativ schwierig hier. Ja, oh, das hat geklappt. Nein, bleib um, bleib um, bleib um. Sieben. Okay. Acht. Und wehe, du fällst jetzt in den Abgrund rein. Der ist nämlich mitten im Sprung gerade. Nein. Oh, jojojojoj. Oh, okay. Oh. Ja. Lange Folge, aber dafür wenigstens zwei Sterne. Das war ich euch schuldig, damit wir wieder unseren Schnitt haben. Drei Folgen, drei Sterne. Ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Stern Nummer vier und wir haben nur noch drei Sterne. Ja, Gott sei Dank habt ihr das nicht gesehen. Ich halte meine Hand hoch. Zeigt mit der Hand eine vier. Obwohl ich ja weiß, dass mir keiner zuschaut. Egal. Weil mit Facecam, das will ich euch echt nicht antun. Und ja, wir haben noch drei Sterne in den regulären Leveln und dann noch die Zusatzsterne. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.